Jetzt möchte ich auch mal ein Gedicht sagen, und das geht so. Kurt, 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 sagt Tresi, fahr mal fort. Seitdem bei dir nix mehr geht, ist man mit dir daheim echt blöd. Kurt, 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 sagt Tresi, fahr mal fort. A Werbefahrt, mei, das wär schön. Morgen in der Früh um 8.00 Uhr, da der Bus weggehe. In der Wirtschaft, hey, du weißt das eh, kriegen wir ein Stück Kuchen und ein Tast Kaffee. Die alte Schmiedin sagt, zwar schon dabei, sie sagt, es gibt da allerlei. Reimer, Decken, Tüpfung, Pfanne, Plastik, Bläume, Kaffeekanne. Und dann noch was für eine Manneskraft, einen rechten, guten Liebessaft. Kurt, Kurt, sagt Tresi, fahr mal fort. Der Kurt, der hat sein Safterl gekriegt, möchtest du es nicht glauben, hat es gewirkt. Hat er dann gleich im Liebeshunger sein Räserl an Klo drin zusammengesprungen. Kurt, Kurt, sagt Tresi, fahr mal fort. So hat's gemacht. Jetzt rinnt leid, dass er ein Jäde nimmt, die nicht schnell nur am Bahn aufkommt. Ha, 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 ha. Packt der Tresi die Wut, der von ihm a Furt, der Kurt. Article, Sat. Da ist er noch laut. Ich bin der Tresi die Wut. Die Wut. simplify. Ich bin der Tresi die Wut. Und das ist ein Jäde. Ich bin der Tresi die Wut. Oh, was ich hier. Ich bin der Tresi die Wut. Ich bin der Tresi oder Tresi. Ich bin der Tresi die Wut. Ich bin der Tresi die Wut. Untertitelung des ZDF, 2020